Ja, ich habe mir ein Selbstverteidigungsteil besorgt und zwar ein Walter Humorex. Sowas ähnliches wie ein Pfefferspray und wenn dir das irgendwie interessiert, dann bleib dran. Hallo, willkommen da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, da ist das Paket, schauen wir mal rein. Übrigens, das hier ist der Hawk, ein Messer aus meinem Design. Ob das wirklich, na egal, reden wir nicht drüber. Ich mache auf jeden Fall damit die Pakete aufhören. Da gibt es auch unterschiedliche andere Versionen und jetzt bin ich gespannt, was hier drinnen ist. Nein, ich weiß es natürlich schon. Und zwar ist es das PS1 von Walter Humorex enthalten und ich habe auch zwei Pfefferkartuschen mit dazu bestellt. Bei diesem Personal Guard System Nr. 1, da gibt es auch ein Nr. 2 mit einer integrierten Lampe, da komme ich dann nachher gleich dazu. Geht es im Endeffekt darum, dass du, ja so ähnlich wie bei einem Jet Protector oder einem Guardian Angel eigentlich, eigentlich ein Guardian Angel, genau. Ein, ja ich sage jetzt mal, eine Pistole, ja in Pistolenform, ja hier. Ich schaue jetzt nur rein, ob da eh nichts drin ist, bevor ich den Abzug betätige. Okay, du weißt ja, ich will nicht, dass dann Rabumsti, Rabumsti macht. Und durch das Drücken sprüht dann sozusagen, ja Pfeffer raus, Pfeffergel, Chili und was es da sonst noch gibt. Und das Ganze ist natürlich wie eine kompakte Pistole ausgeführt. Hat auch diesen Griff und dieses Griffgefühl von einer Pistole. Und ja, so funktioniert das. Wir haben hier einen Abzug. Dieser Abzug ist verriegelt. Das bedeutet, du kannst ihn nicht zufälligerweise unabsichtlich bedienen, sondern du musst wirklich das Gerät packen. Denn hier hinten, da ist dann dieser Clip, durch den Handrücken oder Handputzler oder wie nennt man das hier? Dieses Teil hier, egal. Wird das betätigt und dann wird der Abzug freigegeben und dann kann man sprühen. Und zwar, du kannst wirklich kurz sprühen und auch nur kurz sozusagen den Strahl betätigen. Das finde ich sehr praktisch. Ich habe das auch schon einmal mit dem Vorgängermodell getestet. Und ja, so funktioniert das. Das will ich jetzt natürlich hier in meiner Werkstatt nicht ausführen. Ich reiße das auf. Im Lieberumfang ist übrigens eins für eine Kartusche mit dabei. Und so, da ist das. Den Schutz hier sozusagen abziehen. Dann wird das so eingelegt. So gemacht. So. Und jetzt, ja, hier gibt es seitlich, ja, seitlich ist da sozusagen der Ladezustand. Also, wenn man da durchschauen kann, hallo, guck, guck, dann ist keine Kartusche eingelegt. Wenn du da nicht durchschauen kannst, ist eine Kartusche eingelegt. Und jetzt ist sie scharf und jetzt kann ich sie im Endeffekt einsetzen. Dieses PGS. Ich gebe da übrigens den Link, wo du das besorgen kannst, auf Amazon. Da gebe ich da den Link. Schau dir das ganz einfach an. Ist ja jetzt momentan sehr gefragt, sind diese Teile. Vor- und Nachteile. Im Vergleich zu einem klassischen Pfefferspray, ich kann hier besser zielen. Ich weiß, das ist jetzt geladen. Jede Waffe ist eigentlich geladen. Daher. Aber es ist auch niemand dauernd, wenn ich mich hier selber ein sprühe. Für ihn war sowieso die Frage, ob das eine gute Idee ist. Kommt jetzt auf die Distanz natürlich an. Und ob ich die Möglichkeit habe, abzuhauen soll heißen. Ich bin jetzt kein Selbstverleihungsexperte, aber das sagt mir der Hausverstand. Wenn das Gegenüber jetzt vor mir steht und ich mache einmal Sprühsprüh und kann dann weglaufen. Ich würde versuchen sowieso wegzulaufen, aber wenn das immer geht, dann würde ich Sprühsprüh und weglaufen. Wenn das natürlich ich jetzt in diesem Raum hier bleiben muss und der ist abgeschlossen, dann werde ich irgendwann auch einmal da gehen. Aber sei es drum. Sei es drum. Egal. Ich habe jetzt hier wirklich die Möglichkeit, genauer zu zielen. Nicht umsonst sind Pistolen und Revolver in dieser Art und Weise ausgeprägt, weil das die bessere Ergonomie ausführt. Und Pfeffer, sonst würde man mit den Pistolen ja auch so schießen, wenn das so cool wäre. Also wenn man es so besser treffen könnte, dann wären Pistolen so. Ja, ist so. Genau. Von der Ergonomie her. Problem dabei ist halt, du könntest, wenn du das jetzt wirklich ziehst und dein Gegenüber das mitbekommt, nämlich beim Ziehen und jetzt nur diesen Teil hier sieht, könnte der jetzt glauben, dass das eine scharfe Schusswaffe ist und das könnte die Situation noch weiter eskalieren. Das bedeutet, es könnte jetzt dann ein Messer gezückt werden oder es könnte auch eine Schusswaffe gezückt werden. Das weiß man nicht. Das hängt von der Situation ab, weil das Ding halt schwarz ist. Ich weiß nicht. Schau auf Amazon noch einmal vorbei. Ich glaube, dass es das, ich bin mir jetzt ganz sicher, nicht auch in Orange gibt, weil dann ist es doch irgendwie klarer, also Orange, so wie zum Beispiel unser XL Feuerstahl, wenn das jetzt komplett Orange ist, dann denkst du dir vielleicht nicht mehr, dass das eine Schusswaffe ist, aber sei es drum. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist halt sozusagen Vor- und Nachteil. Wenn man das jetzt vergleicht mit einem Jet Protektor oder mit einem Guardian Angel, ist es halt so, beim Guardian Angel, der ist noch kleiner und kompakter, kann ich zweimal schießen, auch bei Wind und auf weitere Distanz, sonst ist es ballistisch, das bedeutet, es geht auch, wenn jemand Brille auf hat, also jetzt keine Schutzbrille, aber eine klassische Lesebrille oder so, eher auch in die Schleimhäute, in die Augen, deutlich einfacher, als das bei diesen Pfefferspray oder Pfefferteilen hier der Fall ist, weil die einfach gesprüht werden und nicht ballistisch rausgeschossen werden. Auf der anderen Seite ist die Verletzungsgefahr beim Gegenüber eine andere, also auf kurze Distanz, zum Beispiel jetzt hier, das ist unangenehm, nein, das mache ich nicht, nein, auch nicht zu Demonstrationszwecken, nein, ich fühle mich da nicht wohl, wenn ich auf mich selber zähle, so, jetzt ist sie, es ist wirklich nichts drin, also auf dieser Distanz jetzt hier zum Beispiel ist ein Jet Protector oder ein Guardian Angel einfach auch für die Augen gefährlich, erstens einmal bleibende Augenschäden und auf der anderen Seite, es gibt auch Leute, die gestorben sind, weil aufgrund dieser kurzen Distanz auf den Kopf geschossen wurde, und das ist halt der Vorteil bei dem, dass das nicht so gefährlich ist. Auf der anderen Seite ist es halt so, ich kann mit dem, und das ist auch ein Vorteil, ich kann jetzt mal einen Sprüher abgeben, ja, wir werden das dann auch outdoor testen, einen Sprüher, und habe dann noch immer etwas zur Verfügung und kann dann noch einmal sprühen. Also ich habe eigentlich mehr, mehr, ich kann den Reizstoff besser dosieren, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das, wenn das Gegenüber total aufgebracht ist und wirklich schon im Zorn ist, dass dann noch ein großer Vorteil ist und ob man dann jetzt sowieso drauf hält ohne Ende, bis das Gegenüber etwas tut. Und ich habe in dem Video, wo ich den Vorgänger vorgestellt habe, auch dazu gesagt, dass man dann trotz alledem sich bewegen muss. Also wenn ich mir das so anschaue, also Demonstrationen, und wie gesagt, ich bin da kein Profi, ich kann dann, ich kann da dazu nichts sagen, ja, ich kann da zeigen, wie man, was man draußen essen kann, da, und Kräuter bestimmen, Feuer machen, Unterkunft bauen und solche Dinge, da mache ich kein Problem, ja. Nur bei dem, da bin ich einfach nicht fit genug. Also nicht nur da fit, sondern auch von der Erfahrung her nicht fit genug. Aber trotzdem, trotzdem, was ich dir sage, ist, wenn man dann sieht, sprüht und wartet, sondern da wird gesprüht und sich bewegt, ja, um die Situation zu verändern, das ist ja ganz logisch, ja, eigentlich. Und daher, ich glaube ohnehin, in so einer Situation, wo jemand auf dich losgeht, mit voller Kraft, und das ist ja auch kurze Distanz, fangen dann in 20 Metern schon zu laufen an, da sprüht man sowieso so lang drauf, bis vorn nichts mehr rauskommt, besonders bei untrainierten. Wenn du trainiert bist, okay, ist das vielleicht was anderes, oder nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher was anderes, aber für jemanden, der sich das einmal ausprobiert und schaut und tut und nicht wirklich gedrillt ist, auch im Stress gedrillt ist, den du in der Nacht aufwecken kannst, den genau weißt, wo das ist und zuck, 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 ja, wird das genau so laufen, wahrscheinlich. Lange Rede, kurzer Sinn, ist das Teil cool? Wir werden es sehen, ich hatte ja schon den Vorgänger, war sehr zufrieden damit, wir werden dann einen Outdoor-Test auch dazu machen, wenn du so einen Teil haben willst, gebe ich dir den Link, wo du es bekommen kannst, und natürlich, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, gibt es auch einige Produkte, wie zum Beispiel dieses Teil hier, dann haben wir eigens gestaltete Kubutan-Pfeifen und solche Dinge, schaut euch das ganz einfach an und ich sage nur, besser haben als brauchen.